hi leute heute machen wir ein video zu stage rennrhythmus im event strudel nach steuerbord volle fahrt voraus und die herausforderung ist bei den inseln der gefahren wir holen uns jetzt mal unseren wellenreiter und ich habe das erste video verborgt und ich sage euch ganz einfach den grund es gibt in der mitte in helichael camp das ist allgemein da für loot und ich wusste nicht ob das bonus münzen gibt wenn ich das besiege oder nicht also habe ich das einfach bei meinem ersten video making spontan getestet und damit ist meine zeit so schlecht geworden dass ich nicht mehr in der goldmedaille drin war weil die anscheinend gar nicht töten muss da ist auch ein abgrund magier vom wasser element dabei also ist das sogar eigentlich eine relativ zeitaufwendige stage und lasst mich halt einfach sagen ihr müsst die nicht machen nur so eine kleine nebeninfo also konzentriert euch nur auf die sachen auf der route also ihr fahrt halt da hinten bei diesen inseln durch und die monster muss sie nicht besiegen so auf jeden fall die ist halt hier unten im meer bei der insel der gefahren wir haben die ausdauerfolge regt und wir starten durch und ihr habt jetzt gleich vier lidschöl türme die ihr zerstören muss da geht es um acht bonus münzen ok wenn ihr das abfeuert beim ersten turm der explodiert ihr müsst auf die anderen türme zweimal schießen bis die explodieren so jetzt habt ihr alle acht bonus münzen weil ihr zweimal drauf geschossen habt und alle türme versenkt sind ich würde halt die türme versenken weil sicherer ist das ist das was ich gemeint habe hier müsst ihr wahrscheinlich gar kein monster töten weil die sind nicht respond aber ich habe es ich habe sie trotzdem besiegt ok das ist einfach dann so eine eigensache von mir gewesen weil ich das wissen heute fürs video ob ich die besiegen muss oder nicht und dann verlasst ihr hier wieder mit der leertaste euren euren wellenreiter und kommt in so einen kurs der euch über lenkt dann lasst ihr euch hier einmal wenn ihr bock habt künstlich runterfallen um noch ein paar sekunden gewinn zu machen lasst euch wieder durch den kurs schleudern habt da die letzten drei münzen und wenn ihr drüber seid lasst ihr euch fallen und macht den fall angriff aufs ziel und wop sollte eine goldmedaille sein 34.800 punkte herausforderung beenden thank you very much und dafür bekommen wir dann wieder 90.000 mora 30 uhr gestein und haben das nächste ding fertig zwei stück kommen noch die tage dazu werde ich auch videos machen ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ihr mehr videos zu genshin impact sehen wollt dürft ihr gerne meinen kanal abonnieren ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen tag und sagt mal bis zum nächsten mal